Hallo, was ist Webpack? Ist eigentlich nur ein C++-Präprozessor für JavaScript, damit wir Import-Statements benutzen können. Hier mal ein Code-Beispiel. Wir haben hier die Datei index.js und die importiert die Funktion getContent von der Datei utils.js und diese Funktion wird dann hier benutzt. Wir gucken in die Datei utils und hier wird exportiert die Funktion getContent. Ohne Export ist sie nicht importierbar. Und wenn wir das Ganze mit Webpack dann kompilieren, dann kommt hier eine lange Zeile raus. Was Webpack einfach nur macht ist, guckt nach diesen Import-Statements, guckt, okay, was wird denn hier importiert, nimmt dann einfach diese Definition, packt sie an diese Stelle anstelle dieser Zeile, macht alles in eine Datei, entfernt alle Whitespaces und voila, hier sind wir. Details zur Konfiguration. Das ist eine Webpack-config.js-Datei und so konfiguriert man das grob. Das ist einfach mal gegeben. Wir sagen hier den Entry-Point, das heißt so eine Art Main, da wo die Main-Funktion quasi drinne stehen würde, wenn man jetzt mit C oder C++ denkt. In unserem Fall ist das in dem Ordner Source, Datei index.js. Dann haben wir den Modus Production. Der macht einfach so ein paar Optimierungen, Optimierungen, Optimisations. Und dann können wir sagen, Output, wir wollen das Ganze in der Datei main.js speichern am Ende und zwar im Ordner Release. Jetzt gucken wir uns dazu mal die ganze Struktur an. Wir sehen hier SOS mit index.js, das ist diese Datei und wir haben utils.js, das ist diese Datei und dann wird das Ganze mit Webpack kompiliert und wir haben release main.js, genau wie es hier steht. Man kann bestimmt auch noch viel mehr damit machen, aber das ist so die grobe Idee erstmal. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist genau, was ich suche, dann könnt ihr euch den Getting Started Guide angucken auf der Seite, der ist tatsächlich ganz hilfreich.